Wo gehst du denn jetzt hin, Opa? Was ist los, mein kleiner Leo? Du hast jedoch schon ganz oft übernachtet. Kann es sein, dass du dich vor dem Wind fürchtest? Nein, Opa, ich hab keine Angst. Oma und ich sind im Wohnzimmer, wenn noch etwas ist. Und jetzt schlaf schön, mein Kleiner. Gute Nacht. Oh, du brauchst keine Angst zu haben, Teddy. Ah! Opa, es sind zwar keine Monster mehr im Zimmer, aber dafür sind sie jetzt da draußen. Wir werden mal nachsehen. Aber Opa, ich trau mich nicht mehr in mein Zimmer. Dahin gehen wir auch gar nicht. Licht? Aber wo wollt ihr denn dann hin? Wir werden der Dunkelheit jetzt mal Hallo sagen. Super duper, ist das toll. Aber es ist so dunkel. Ist das nicht gefährlich? Glaub mir, nein. In der Dunkelheit habe ich schon viele aufregende, wunderbare Sachen gesehen. Und ich bin sicher, dass sie dir auch gefallen werden. Opa, sieh nur. Was ist das? Das sind Glühwürmchen. Kleine Insekten, die in der Nacht erwachen und zu leuchten beginnen, wenn sie fliegen. Wie wunderhübsch. Wie wunderhübsch. Oblvoc시� HP